und wir sind heute mal wieder als adhc unterwegs und dazu fahren wir hier einfach mal gartner aus über die roto ampel denn wir müssen sehr schnell hier zu diesen was weiß ich dann wir auch direkt hin ja natürlich wir haben ja auch sehr viele einsätze gerade ist denn dies das ist ja im arsch der welt egal die können ja alle nicht fahren ich sag's wie sie ist so egal ob ich schnell fahr mann jetzt ist das auto ja gar nicht mehr hier dann fahr ich halt hierhin so dann repariere ich jetzt die tankstelle äh tankstelle die ampel meine ich heute ich weiß nicht warum ist hier rumleckt ist ist dieses kackspiel nicht ich muss es einfach so sagen dann repariieren wir mal kurz die tankstelle mann ich meinte ampel ja ja mal nach dem kaputten fahrzeug hat auch immer hier los ist ich habe keine ahnung ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen so gucken wir einfach mal was da hinten passiert wenn wenn gerade nicht dazu kommt so ja und das auto ist auch weg perfekt ok ok leute dann warten wir einfach mal bis irgendetwas neues passiert dann wir hier einfach stehen leute es ist wieder was passiert da müssen wir wieder hin gleichzeitig ist hier auch ein feuerwehreinsatz so schnell 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 ab bort hin hey dieser behinderte krankenwagen junge kann man nur so behindert sein ja echt junge steckt diese leute nicht aber egal ich steckt auch dieses spiel nicht warum das hier so rumleckt könnte aber auch an roblox liegen tatsächlich aber junge es leckt ultra ultra kann das jetzt mal aufhören nur rum zu legen mann dieses kack spiel ich setze mich direkt ins auto und es hängt schon wieder rum Leute ich kann echt nichts dafür also falls es umleckt ist mir sehr leid dieses spiel ist einfach nur scheiße wortwörtlich denn es leckt nur das ist ja nervig das ist so nervig ich muss jetzt die grafik kurz komplett unterdrehen sonst bringt das hier gar nichts mehr wie ich sehe ist dann nichts okay wir sehen uns Leute wenn wieder was passiert Leute es ist wieder ein neuer Eingrass dann drehen wir kurz er hat mir sogar geholfen zu drehen so ey ich hasse es Leute warum leckt die scheiße denn so hart so 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 Egal, Leute. Fangen wir die jetzt einfach noch mehr runter. Also eigentlich ist da nix. Dass das so rumleckt, das geht mir übelst auf den Sack. Egal. Oh, das ist das so rum? So, gucken wir mal, was bei dem noch ist. So. Let's go. Auch wenn es rumleckt, Leute. Warum auch immer. Keine Ahnung. So. Machen wir das hier mal runter. Perfekt. So. Okay. So. 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 Dann packen wir den mal dahin. Auch wenn es rumleckt. Also Leute, sorry, es hat halt wie gesagt, bei den anderen hat es jetzt gar nicht geleckt. Warum es jetzt hier leckt. Keine Ahnung. Kann auch an meinen Rechner liegen, falls ich irgendwas drauf habe. Tut mir leid für dieses Kack-Video heute, aber es wird definitiv morgen besser. ähm, ich frag mich nur, warum das ade so. Also. Prinzip ergibt es keinen Sinn, aber egal. Das lädt ja auch alles so langsam. Aber das ist doch schon dreimal geladen hier alles. Was braucht das denn 100 Jahre? Na ja. Egal. Egal. Nein, jetzt habe ich den hier drauf. An den doch nicht. Egal Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist mein Discord-Server verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Schaut auch auf SCNX vorbei. Das ist ein Bot für einen Discord-Server. Ist ziemlich nice. Drückt unten auf der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr direkt zu dem Bot. Ich habe noch einen traumhaften Tag. Leute, euer Sandi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.